Hallo und herzlich willkommen zum Audio-Rezept für Tomatenrührei mit Kräuterseitlingern. Das Tomatenrührei mit Kräuterseitlingern ist ein schnell zubereitetes Freitagabendgericht, das sich einfach für eine oder viele Personen zubereiten lässt. Für zwei Personen werden folgende Zutaten benötigt. 4 Eier-Tomaten, 4 Eier, 4 Kräuterseitlinge, rote Zwiebel, 2 Zehen Knoblauch, 2 Scheiben Wurzelbrot, 4 Scheiben, falls das Brot klein ist, Milch, Balsamico-Essig, Worcestershire Sauce optional, nicht vegetarisch, Salz und Pfeffer, Olivenöl, etwas glatte Petersilie. Folgende Utensilien werden benötigt. 2 Pfannen, scharfes Messer, Schneidebrett. Zubereitung Vorbereitung Die Tomaten waschen, die Knoblauchzehen und die Zwiebel pellen. Eine halbe Knoblauchzehe beiseite legen, den restlichen Knoblauch und die Zwiebel sehr fein hacken. Die Tomate quer in Streifen schneiden. Die Seitlinge längs in nicht zu dicke Streifen schneiden. Die Eier mit einem Schuss Milch verquirlen. Mit Salz, Pfeffer und einem Schuss Worcestershire Sauce würzen. In beiden Pfannen etwas Olivenöl erhitzen. Die Zubereitung erfolgt bei mittlerer Hitze. Erste Pfanne Die Tomaten schmoren, bis ihre Flüssigkeit fast verdampft ist. Die Eier in die Pfanne gießen und stocken lassen. Zweite Pfanne Zwiebeln und Knoblauch dünsten. Die Pilze dazugeben und garen. Mit dem Balsamico ablöschen. Durch den dabei entstehenden Dampf garen die Pilze schnell fertig. Mit Salz und Pfeffer würzen. Anrichten Die Brotscheiben antoasten und mit der halben Knoblauchzehe einreiben. Auf jeden Teller eine Scheibe Brot geben, darauf das Rührei verteilen und auf dem Rührei die Pilze präsentieren. Mit etwas Petersilie garnieren. Diese Varianten gibt es. Steinpilze können ebenso gut verwendet werden. Viel Spaß bei der Zubereitung und guten Appetit!